Einen schönen guten Tag, mein Name ist Karl Füsselberger, ich bin Geschäftsführer der Wiener Fotoschule und ich möchte Sie herzlich bei der Modellbarmesse im Messezentrum Wien begrüßen. Die Modellbarmesse, die Welt im Kleinen. Es gibt hier verschiedene Modelle, beginnend mit Eisenbahnen, Carrera-Rennbahn, Schiffe, Flugdrohnen. Die Wiener Fotoschule bietet um 10 Uhr und um 14 Uhr einen Fotoworkshop an. Bei diesem Fotoworkshop lernen Sie, wie man Modelle, also kleine Objekte, richtig ins Bild setzt.